bevor das video losgeht endlich ist er da mein charme ist endlich draußen und alles was ihr dafür tun müsst ist auf twitch zu gehen mir zu subscriben und euer you play mit eurem twitch zu verwenden aber jetzt viel spaß mit dem video sieht aus wie lasagne irgendwie hallo leute seid ihr ready warte mal ich habe bettel paar stufen irgendwie noch muss kurz mir ein bravo pack holen wo ich wieder kein black eyes raus hier wo kriege ich denn noch eins keine ahnung ich schließe jetzt das game ne statt ich habe am anfang wie ich das spiel gestartet irgendwie 30 30 dafür brauch ich drei und habe nur bettelpass punkte bekommen ist 24 geworden mensch rewe was ist denn los ja ich muss mein game neu starten ich glaube das ja ich habe noch eins achtung gucken was das für eine flimmer party wird black eyes für bandit gibts mir jetzt oder ich bin traurig ich verstehe das mit delay und so das kann jedem mal passieren beste firma holy fucking shit ja das wird das wird oder das kill him vielleicht ist der chat gleich da der charm es wäre geil ja aber nur für mich was für 766 warte mal was als ob du jetzt den charm hast da ist er du hast ihn SMG 11 schnell wo ist er denn ja nicht für euch nur für mich was ist denn ich hoffe es funktioniert warum hast du denn jetzt das ist so unfair ich muss kurz gucken wenn ich spawne gucken da ist er mama ich ja Ubisoft hat ihn für mich schon vorher geunlockt Junge der ist so anders crispy und mit SMG oh der er ist so wunderschön er ist so wunderschön ja der ist nice ja oh Junge ist der clean das bändchen wo er hängt ist ja sogar silber ja nur ich habe den gerade das ist so lächerlich Ubisoft habe ich für alle freigeschalten weil Ubisoft hat das manuell gemacht hat gerade Ubisoft hat das manuell gerade gemacht ohne diese freischalten sondern mir einfach den die soll mal die inweits zusammen erster spawnpeak in meinem charm Witzel aufs Maul kriegen ja ich hab ich bin direkt gestorben ja Leute das war es mit meinem Charme ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns im nächsten Stream haut rein und tschüss ich bin gerade weg warte ich wünschte ich hätte irgendwie wie weiß ich nicht jetzt habe ich meinen eigenen Charm ja aber ihr bekommt den erst morgen leider haha oh manometer bekommt man den es gab leider Probleme bei dem freischalten des Charms das ist von allen Partner streamern gerade und ihr bekommt den innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden entdehme mir mit oh er sieht so gut aus Digga oh Junge wie geisteskrank gut er aussieht Digga dieses schwarz-weiß Junge oh ja guckt es euch an viel zu geil man was macht Babushka denn da für Faxen guck dir den Charmant im Replay guck dir den Charmant im Replay guck dir den Charmant im Replay und Piano ist clear 1 auf B sehr low er plantiert er plantiert über ihn castle sehr low rotation er ist auf A gut guck dir den Charm guck dir den Charm oh oh ist das geil sieht der gut aus es Ubisoft beste Firma wirklich ist krank ist einfach krank Shoutout an Nigel es ist also Jules ich weiß nicht ob du hier ein Permaband für mich rausholen willst aber Grüße und Liebe geht raus auf jeden Fall Bro Lieben sollest please ja schon 1 3 1 3 was spiel ich denn äh 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 was spielt man denn jetzt äh Alibi vielleicht ja oh das könnte oh der Alibi Skin mit dem Charm könnte auch ganz ganz anders kommen jeder will deinen Charm es ist diese Kombo oha ey also die Kombo könnt ihr mir sagen was ihr wollt aber das ist geisteskrank das ist wirklich geisteskrank das ist wirklich geisteskrank ich hab einfach verheimt hab einfach links und rechts am Kopf vorbei ich hab einfach links und rechts am Kopf vorbei ähm ähm ne oh dicker ich hab oh mein Gott da war ja wirklich einer oh mein Gott ich hab mich so von der Pflanze erschrocken und dann war da wirklich einer Bruder dicker das ist also nöse 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 aah Oh, da ist ein Solis. Jigga, was ist denn das jetzt hier? Ach, der steht im gleichen Spot, wo er dich auch getötet hat. Jigga, ich bin positiv, alles gut. Einmal Jost, einmal Kipese geholt. Ah, Artischocken mit Kinosuke und wenigstens für die Primes, was geht ab? Charm incoming, yeah. Aber jetzt können wir wieder Unranked nehmen. Ich weiß nicht, ob ich, ja doch, theoretisch. Aber ich glaube, das wäre auch die letzte Runde für mich.